Jetzt hast du ihn, ja? Gut, Mario! Bloß nicht, ich kann einen Fehler machen und die Lose lassen. Ja ruhig, ich... Komm von ganz alleine, der Hütschircher. Da kommt er. Ganz ruhig. Beim Ablassen hat der getoppt. Oh, schönes Ding. Ein Wälz ist das. Was ist denn der Wälz? Was ist denn der Wälz? Oh, warte grad.